. . . . Ha, ha, recker! Zähbe! Jetzt haben wir unseren Meisterfeind Bire weggesaufen! Jetzt gehen wir wieder etwas lernen! Schaubank drücken! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Grüße miteinander! Zwei neue Gespäne, das ist Martin und Daniel. Herzlich willkommen an der Folge! Lass zu, du Hobby-Professor! Regel Nummer eins, nur meine Mutter kennt mir Daniel! Gut, bis zu uns, wir haben ein grosses Vorbild! Und das ist das Scherweg! Regel Nummer drei, ist irgendeiner deiner Kotzerofag! Darf! Begrüssen wir bitte auf einem Body-Chat! Tino, wissen Sie, dass wir nur einen Dritter unseres eins verwenden? Was machen wir denn mit dem anderen Dritter? Ha! Du, gehst in die Zeit vom Tachiaschuh! Zwei neue Neue, Tino! Ja, sind wir noch etwas vorbereitet? Nicht! Und eins für mich! Du, Tami, mal Tino, was hast du wieder vor? Hahahaha, alte Laborraten! Jetzt machen wir etwas Hochprozentiges! Spenst du sie, das ist gefährlich! Ja, Meisteröppli! Was gibt Null plus Null? Wer weiss es? Ja? Das gibt die Anzahl Meistertitel von Fribourg-Kotzerof! Hahahaha! Nein, wir gehen rein! Machen wir ein Anwendungsbeispiel. Stellen Sie sich vor, 15 SCB-Meistertitel minus drei. Stopp! Niemand zieht unseren zehn Meistertitel an! Spenst jetzt doch sich die Hände ab, das geht doch mal durch! Ha! Denne doch! So ist wirklich nicht für mich! Für mich habe ich nicht, Tino! Bleib in den Eindrunk-Fingerlater! Eins, zwei, drei! morale! Ich werde mich nicht zuerst machen, ich werde mich nicht zuerst verhalten, um dich nicht zuerst trabalho 뭔! Jville, drei, zwei, drei! J 민ude trois Uhr